Das Video ist Fell auf, aber Digga, ich glaub, irgendwo war ein krasses Tier, das zum Beispiel. Bruder, ich hab einfach nur alte Videos von ihm angeschaut. Digga, ihr wollt nicht wissen, wie viel ich damit verdient hab, Digga. Das macht gar keinen Sinn. Und das Ding ist, es macht ja auch noch Spaß. Normalerweise mach ich Sachen, die mir gar keinen Spaß machen, so streamen, ich streame nur mit Geld, so, wisst ihr? Aber schaut euch das hier an. 320 verfickte Euro, nur weil ich ein Video geguckt hab. Das macht gar keinen Sinn. Junge. Das war natürlich ein Joke, ich streame, weil es mir Spaß macht. Nein, bin ich nicht, bin ich nicht. Das ist nur in deinem Kopf drin. Twitch.de Shorts, danke für zwei Tickerinos. Danke, danke, danke schön. Danke. Danke, danke. Danke. Danke.